Ich lerne Deutsch. heißen Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich heiße Maria. Gleich werde ich dir meine Freunde aus dem Schachclub vorstellen. Ich heiße Maria. Gleich werde ich dir meine Freunde aus dem Schachclub vorstellen. Ich heiße Maria. Gleich werde ich dir meine Freunde aus dem Schachclub vorstellen. Er hieß früher anders, bevor er seinen Namen änderte. Er wollte einen Namen, der besser zu ihm passt. Das neue Produkt heißt Sunrise. Wir verkaufen es in Drogerien und Apotheken. Das neue Produkt heißt Sunrise. Wir verkaufen es in Drogerien und Apotheken. Sie hat mich gestern gefragt, wie ich heiße. Später hat sie mir auch ihren Namen gesagt. Sie hat mich gestern gefragt, wie ich heiße. Später hat sie mir auch ihren Namen gesagt. Ich dachte, das Restaurant heißt La Dolce Vita. Aber es hat seit einiger Zeit einen neuen Namen, den ich nicht behalten kann. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Zuhause. Dies ist mein Zimmer mit Balkon. Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Zuhause. Dies ist mein Zimmer mit Balkon. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich trage mich einfach zu abonnieren. Wir denken, es werde ein Weiß machen. Ich trage mich einfach. Ich trage mich einfach zu abonnieren. Ich trage mich auf den ersten K elas. Ich trage mich einfach zu abonnieren. Ich trage mich auf dich. Vielen Dank.